Es ist eine wahre Geschichte, Adis Amitowitsch wurde als Kind mit seiner Familie von Matthias Mirsch vor der Abschiebung nach Bosnien bewahrt. Jetzt sitzen die beiden Niedersachsen zusammen im Bundestag. Die Hintergründe hörst du im Schwerpunkt. Zunächst deine regionalen News. Emsland Auf der Westoverledinger Seite der Ems hat der Abriss der kaputten Friesenbrücke begonnen. Auf der bei einer Frachterkollision vor fast sechs Jahren zerstörten Friesenbrücke werden zunächst die Gleisanlagen abgebaut. Zusätzlich wird über die Ems ein Ponton zur Baustelle gebracht, kündigte eine Bahnsprecherin an. Dieser werde für die Beseitigung der Überbauten benötigt. Außerdem seien Maßnahmen an der Brücke vorgesehen, um den Aushub der Überbauten mithilfe eines Schwimmkrans vorzubereiten. Der Aushub der ersten Überbauten solle bis Ende November vonstatten gehen. Osnabrück An der Pagenstecherstraße in Osnabrück soll sich nach dem jüngsten schweren Fahrradunfall kurzfristig etwas tun. Am Samstag war eine 25-jährige Radfahrerin auf die Straße ausgewichen, weil ein Autofahrer die Tür seines auf dem Parkstreifen geparkten Autos unachtsam geöffnet hatte. Auf der Fahrbahn erfasste ein Mann mit seinem Mercedes die Radfahrerin. Sie brach sich eine Schulter und hatte damit vermutlich noch Glück im Unglück. Zur Debatte stehen zwei Lösungen. Variante 1 sieht vor je Fahrtrichtung eine Fahrspur zugunsten der Radfahrer abzusperren. Bei Variante 2 würden die Fahrspuren der Autos durch gelbe Linien geschmälert. Das bedeutet mehr Raum für Radfahrer. Am 18. November will Stadtbaurat Frank-Otte dem Stadtentwicklungsausschuss die beiden Vorschläge vorstellen. Zum Schwerpunkt Addis Amitowitsch wäre eigentlich erstmal nicht weiter aufgefallen in diesem neuen Riesenbundestag. Der SPD-Abgeordnete aus Hannover ist einer von 49 jungen SPD-Politikern, die erstmals eingezogen sind. Doch der 28-Jährige ist binnen weniger Tage bekannt geworden, noch ehe er ein einziges Gesetz verabschiedet hat. Als Hauptfigur eines wahrhaftigen Politmärchens. Es beginnt Mitte der 90er Jahre. Als er vier Jahre alt war, saß Amitowitsch im Büro des damaligen Junganwalts Matthias Mirsch. Seine Eltern waren bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und sollten Ende der 90er Jahre, als die Lage im Land sich beruhigt hatte, in ihre Heimat abgeschoben werden. Doch die Eltern wollten nicht zurück. Der Junge war in Deutschland geboren, die Wunden bei Mutter und Vater nicht verheilt. Über Wochen und Monate hatten sie sich von Duldung zu Duldung gekämpft. Amitowitsch verbrachte mehr Zeit im Büro des Anwalts und auf den Fluren von Ausländerbehörden als im Kindergarten. Bis Mirsch 1999 schließlich ein dauerhaftes Bleiberecht für die Familie erwirken konnte. Mehr als 20 Jahre später sitzen der Anwalt und das Flüchtlingskind von damals zusammen für die SPD als Volksvertreter im deutschen Parlament. Amitowitsch sagt heute, ohne Matthias Mirsch wäre mein Leben anders verlaufen. Stattdessen sitze ich jetzt im Deutschen Bundestag und kann etwas bewirken. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 17.15 Uhr.